Letzte Frage von meiner Seite. Wer wird Kapitän und warum? Der Kapitän wird der Silvan sein für diese Saison. Der Silvan hat man auch gesehen, jetzt war er nur ein Jahr im Verein, aber er hat schon auch einiges erlebt. Er ist ein richtiger Mann, der immer Leistung raubringt, der auch den Kopf außerhalb dem Platz mitbringt, um diese Aufgabe zu meistern. Letztendlich hätte es auch viele andere sein können. Es gibt mögliche Stellvertreter, die ich für den Fall, dass Silvan nicht auf dem Platz steht, dann entscheide. Aber wir haben gesehen in der Vorbereitung, wer alle die Binde getragen hat. Das war Robin, das war Haki, das war Dome, das war Karim. Das sind so Kandidaten.